Ich bin Stefan Stiller. Ich bin der Chef von Taientable Shanghai und Taientable Guangzhou. Wir sind hier in der Stiller Restaurant, in der gleiche Ort, ein bisschen besser als Taientable. Wir sind hier in unserer Bar, zusammen mit meinem Bartender Karl, der vorbereitet einen unserer Signature Cocktails. Wir nehmen eine große Freude in unserem Essen, aber auch in unserem Beverage-Programm. Wir haben eine wunderbare Wien-List und eine sehr spezielle Liste von Cocktails. Die Karte ist jetzt vorbereitet, einen unserer neuen Signature Cocktails für mich. Heute werden wir einen Signature Cocktail machen von MENU. Es ist grundsätzlich aus der Wien-Limper-Brandi und dein Lieblings-Favorites, der Dried German Riesling. Ja, wunderbar. Ich liebe Riesling. Ich mag die pure Riesling, aber in einem Cocktail, es ist auch ziemlich interessant, diese zu verabschieden. Die interessante Sache ist, was wir machen mit unseren Signature Cocktails, wir haben eine Snack-Pairing. Das bedeutet, dass unser Essen ist unser Signature, wir lieben Cocktails. Und wir pairen die Fläufe des Cocktails mit einem sehr, sehr speziellen Snack, das ist eine kleine Seafood-Salat. Die Seafood-Flaufe sollte mit dem Riesling sehr gut matchen. Also, wir schauen uns mal, wie das funktioniert. Ja, ein schönes Garnischen. Ich denke, die Fennel-Flaufe sind so schön. Alles klar, vielen Dank, Karl. Wir schauen uns mal. Sehr schön. Sehr frisch. Sehr, ich will nicht sagen, frutig. Du hast ein bisschen Frut, aber du kriegst ein sehr frisches Flasor. Auch nicht zu stark. Manchmal, wenn die Cocktails zu stark sind, sie sind überpowering. Es ist eine sehr gute Balance. Ich mag es sehr. Ja, die German-Gyrisling sind gut gebalanced. Die Cocktails, die CDD und auch ein Mineral-Flaufe. Und auch ein schönes Garnischen. Vielen Dank, Karl. Okay, gut. Well done. Easy. Vielen Dank. Tschüss.